Die Befreiung der Biochemikerin Aber es stehen noch mehr Aufgaben an Wie vorauszusehen war, hat die Union der Grenzwelten den Beschluss der Konföderierten ignoriert Im Moment nähern wir uns einem ihrer illegalen Konvois Es sind Militärraumschiffe, die sich ohne eine konföderierten Escort im Territorium der Konföderation aufhalten Sie haben den Umkehrbefehl ignoriert und auf die konföderierten Streitkräfte geschossen Sie sind eine große Bedrohung Ihre Anwesenheit darf nicht länger toleriert werden Wir lassen Ihnen noch eine Warnung zukommen Wenn Sie dann immer noch nicht kooperieren Ist es Ihre Aufgabe, das Interdict durchzusetzen Mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben Wegtreten Mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben, die Sie zur Verfügung haben mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen Ich will zeigen, was ich kann Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Sauberschau! Maniacs schlägt wieder zu! Nicht schlecht geschossen! Für den Farmer! Maniacs schlägt wieder zu! Schlafen Sie, Ass! Ich brauche Ihre Hilfe! Diesmal verlieren Sie, Ass! Ich ziehe alleine, Körner! Viel Glück! Achtung an alle Konferen! Föderierten Jäger! Wir kapitulieren hiermit Und verlassen ohne weitere Verzögerungen das Megasystem Mission abgeschlossen! Benötige Landeerlaubnis! Captain Paulson ist mit Ihrer Leistung zufrieden, Körner! Meine Glückwünsche! Sie dürfen jetzt landen! Femilion! 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 Körner! Blaise, bitte zu Einsatz besprechen! Nachricht erhalten! Körner! Wenn Situationen von jemandem als ungewiss beschrieben werden, verheißt das meist nichts Gutes. Nicht erkennen zu können, was dahinter steckt, ist in der Tat irritierend. Wie auch immer. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Urteilskraft. Ich kann Sie nur bitten, Ihre Augen und Ohren offen zu halten. Wer weiß, was auf uns zukommt. Oh, noch was. Was Ihre Anfrage zu Captain Paulson betrifft, Versetzungen gehören eigentlich nicht zu meinem Aufgabenbereich, aber ich habe mir natürlich gleich seine Personalakte geholt. Er ist immer ein unwichtiger, professioneller Bürokrat. Ich würde ihm nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Er verrichtet seine Arbeit wie andere auch. Sie sollten Ihre Aufmerksamkeit lieber auf Wichtigeres lenken. Auf die Grenzwelten. Viel Glück. Antwort aufzeichnen? Nein, danke. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, was gibt's dann? Der Angriff auf diesen Konvoi. Fang... Fang so Kriege an? Ein Vergleich ist die beste Antwort. Kriege sind wie Bomben. Die Zündschnur brennt, bevor Sie den eigentlichen Knall hören. Manchmal ist die Zündschnur ziemlich lang. Wussten Sie, dass ich ein Grenzweltler bin? Nein. Ich dachte, Ihr Geburtsort wäre die Erde. Ich wurde dort erzogen. Meine Eltern waren Grenzweltler der dritten Generation. Sir, ich habe damit Probleme, ob diese Missionen gerechtfertigt sind. Der Junge hat recht. Ja, im Dunkeln zu tappen, kann ich auch nicht ausstehen. Es ist schwer, eine Entscheidung zu fällen, wenn man nichts in der Hand hat. Captain Paulson ist auch keine Hilfe. Vielleicht verheimlicht mir Eisen etwas. Ja, ich werde ihn jetzt gleich aufsuchen. Ja, herein. Ah, Colonel. Ich verschwinde bald und möchte nicht, dass daraus ein großes Ereignis gemacht wird, Colonel. Ja, Sir. In letzter Zeit haben einige Männer Zweifel an den Missionen, die sie für die Konföderation fliegen. Oh. Während des Krieges gegen die Kerasi war alles viel einfacher. Die Loyalität zur Konföderation war nicht schwer zu wahren. Ich weiß auch warum. Es gab keine Alternative. Jetzt, da der Krieg vorbei ist, kommen einem schnell Zweifel. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen meine eigene Rasse antreten muss. Die Menschheit wird immer Machtkämpfer austragen, Colonel. Das Regime der Konföderierten ist bestimmt nicht perfekt. Aber denken Sie immer daran, dass sie die treibenden Kräfte für unseren Sieg waren. Die Konföderation hat die Menschheit vereinigt, wie es noch keine Institution zuvor getan hat. Und das ist unser wichtigstes Ziel? Ja. Die Frage ist nur, wie erreicht man dieses Ziel am besten? Also dann. Colonel, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein langes und glückliches Leben. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, Sir. Hallo, Maniac. Was? Du mich auch, Kumpel. Einige Typen hier, die sind nicht gerade sehr freundlich. Ach, was sonst. Wie lief es mit der Biokonvergenzchemikerin? War sie freundlicher oder war es mir ein Eigentum? Wie soll ich sagen? Achtung, das Personal unter Sicherheitsstufe 5 muss sofort das Flugdeck verlassen. Bis auf weiteres ist das Flugdeck nur mit Genehmigung zu betreten. Tja, wenn das so weitergeht, ist ein Passierschein fürs Klo nötig. Wer kommt denn da an Bord? Keine Ahnung. Naja. Ich bin hier unerwünscht. Ich ziehe am besten Leine. Über diese Enttäuschung kann mir nur ein Schluck in der Bar hinweg helfen. Kommen Sie mit? Ich muss nachsehen, was... Ich habe keine Lust im Knast zu landen. Gern. Gut. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich komme später in die Bar nach. Gerade fällt mir ein, Eisen will mich sprechen. Ich sehe kurz beim Reihen. Der Alte will sich wohl von seinem besten Piloten noch verabschieden. Na gut. Aber dann reiße ich mir die Biochemikerin unter den Nagel. Okay. Hey, da sind Sie ja. Was soll das? Mit den besten Wünschen von Maniac. Damit habe ich denn das verdient? Oh, ähm... Beim nächsten Mal sind Sie dran. Also, wie lief es denn nun mit dieser Biochemikerin? Der Schuss ging daneben. Und zwar voll. Naja, wie sagen Sie immer so schön? Es gibt noch viele andere Schätze in der Umlaufbahn. Oh ja, ja. Hoffentlich. Ach ja, Körner. Sind Sie gern Farmer gewesen? Ja, es war nicht übel. Irgendwann mal. Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Bis später dann. Körner Blair, bitte sofort zur Einsatzbesprechung. Dies ist ein Notfall. Körner Blair, bitte. Meine Herren, wir sind in einer kritischen Situation. Käpt'n Eisen hat ein Shuttle gestohlen und die Lexington verlassen. Und was waren seine Gründe? Wir vermuten, dass er bereits seit Längerem dem Geheimdienst der Grenzwelten interne Informationen zukommen ließ. Deshalb wurde er auch seines Kommandos enthoben. Wir hatten gehofft, dass wir ihn ohne großes Aufsehen festnehmen und aus dem Verkehr ziehen können. Er muss gewusst haben, dass wir ihn entlarvt hatten. Fliegt Käpt'n Eisen persönlich das Shuttle? Nein, tut er nicht. Der Käpt'n ist in Begleitung. Anscheinend hat er Unterstützung von Major Todd Marshall. Maniac? Es tut mir leid. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Schließlich waren Sie ja alte Kameraden. Aber es handelt sich hier um ein fatales Sicherheitsvergehen. Falls die Spannungen zum Krieg führen, kann uns Käpt'n Eisen durch das Weitergeben von Daten schwer schaden. Die Konföderation hat Sie noch nie dringender gebraucht. Kennen wir Ihren Kurs? Unglücklicherweise ist uns das Ziel, dass die Verräter anfliegen, nicht bekannt. Ich habe Ihnen diese Flügelmänner zugeteilt. Ihre Flieger sind startklar. Sie müssen William Eisen zurückbringen. Sir, da Käpt'n Eisen diesen Schritt unternommen hat, ist es unwahrscheinlich, dass er freiwillig... Tun Sie, was Sie für nötig halten können. Käpt'n Eisen darf auf gar keinen Fall in den Grenzwelten ankommen. Er muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln daran gehindert werden. Sie dürfen wegtreten. Ich schieße nicht auf den Käpt'n. Ich gehe mit ihm. Sind Sie dabei? Ich bin kein Verräter. Flieg allein bei Geboren. Ich bedauere zutiefst, was ich jetzt tun muss, Körnel. Lösen und angreifen. Los geht's, Körnel. Mein Ur geht jetzt dran. Ich hasse leichte Ziele. Mal sehen, was du kannst. Wohl bei der Akademie durchgefallen. Wohl bei der Akademie durchgefallen. Was ist der Status? Hier geht's gut, Körnel. Was ist der Status? Noch hat keiner getroffen. Ich bin ausgestiegen. Körnel, melden Sie sich auf der Lexington. Und zwar sofort. Wir wissen jetzt, wo Eisen ist, Körnel. Dieser Kerl wird noch von uns hören. Das können Sie mir glauben. Ich bitte um Landererlaubnis. Sie dürfen landen, Körnel. Ich bin stolz. Ich weiß, Männer wie Sie zu kommandieren. Ich schätze Ihre kühnen Versuche, diese Verbrecher zur Strecke zu bringen. Und ich garantiere Ihnen, dass wir Erfolg haben werden. Körnel, Sie ordnen Ihre persönlichen Wünsche der höchsten Pflicht unter und dienen der Konföderation. Ihre Bemühungen werden nicht umsonst sein. Eisen wird dafür bezahlt. Es wird immer schlimmer. Damals in Masa hatte ich meine Zweifel, aber zum Feind überlaufen? Ich verstehe das nicht, Sir. Maniac hat mir alles beigebracht. Käpt'n Eisen war für mich ein Vorbild. Der Kartenspieler weggebohnt. Was ist in Sie gefahren? Keine Ahnung. Sie kennen Sie doch schon so lange zu. Ich weiß es nicht. Hätten wir mit Ihnen gehen? Unerfahrenheit kann man keinem Anfänger vorwerfen, aber trotzdem sollten Sie eins niemals aus den Augen verlieren. Die Menschheit verdankt ihr Überleben und ihre Freiheit allein der Konföderation. Wenn wir nicht zusammenhalten, gehen wir unter. Früher oder später wird mich niemand mehr Anfänger nennen. Dann bin ich ein Veteran. Ich dachte, dann würde alles leichter werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn man das erkannt hat und akzeptiert, hört man auf, ein Anfänger zu sein. Es gibt nichts, was mich mehr in Rage bringen kann als ein Verräter. Captain Eisen hat seine Flucht zu den Grenzwäldlern offensichtlich gut vorbereitet. Er und Major Marshall spielen Katz und Maus mit uns. Aber früher oder später werden wir die beiden finden. Dieses Raumschiff kann das System nicht verlassen. Deshalb werden Sie diese Navigationspunkte abfliegen. Abmarsch. 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 Feind gesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht, Körner. Sie sind eine lebende Legende, Körner. Steige jetzt aus, Körner. Ha, ha, ha! Stirb, du Schwein! Ha, ha, ha! Körner, Körner. Körner, Körner. Körner, Körner. Körner, Körner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Föderationspiloten sind Knaschen! Ha ha ha! Stürf, du Schwein! 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 Ha ha ha! Ich schicke dich zur Hölle! Ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha ha! Ha ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha, Stürf, du Schwein! Ha ha! Stürf, du Schwein! Ha ha ha! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ha ha ha! Stirb, du Schwein! Ha ha ha! Ich zieh dich in der Hölle wieder! Ich bin auf mein Konto, Colonel! Unheil Scharden! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer weiß, vielleicht war Eisen zu großzügig, da konnten sie wohl schludrige Arbeit abliefern. Wenn sie für mich fliegen, dann... Feind gesichtet, Sir. Mein Ziel angreifen, sofort, Sir. Leid bist du weg. Zeit zu sterben. Sie sind eine lebende Legende, Körner. Zeit in die Portion zu gehen. Zeit. Ja. Sie sind eine lebende Legende, Körner. Schadensmeldung geben. Mir geht's gut, Körner. Er ging auf mein Konto, Körner. Er ging auf mein Konto, Körner. Schadensmeldung geben. Mir geht's gut, Körner. Schadensmeldung geben. Mir geht's gut, Körner. Verdammt, ich brauch Hilfe, Körner. Schadensmeldung, kämpft wie ein Mann. Ha, ha, ha. Stürf, du Schmein. Ha, ha, ha. Ich bin nicht in der Hölle wieder. Er ging auf mein Konto, Körner. Komm schon, kämpft wie ein Mann. Ha, ha, ha. Stürf, du Schmein. Ha, ha, ha. Schadensmeldung geben. Ich hab was abgekriegt. Aber so leicht wäre die mich nicht los. Du kommst im Sarg nach Hause. Ich schick dich zur Hölle. Ha, ha. Verdammt, ich brauch Hilfe, Körner. Wir sind eine lebende Legende, Körner. Feind gesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht's, Körner. Nein, nein, nein. Der ging auf mein Konto, Körner. Sie sind eine lebende Legende, Körner. Der ging auf mein Konto, Körner. Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des Tigers. Nachdem er vom Tod des Körners erfuhr, sagte Admiral Joffrey Torrin, er war ein Mann, dem ich stets vertraute. Ein Mann, den wir zutiefst vermissen werden. Das ist aber echt krass schwer, auch schwer, ne? Feind gesichtet, Sir. Mein Ziel angreifen, sofort, Sir. Du kommst im Sarg nach Hause, Zeit. Ja. Verdammt, ich brauch Hilfe, Körner. Steige jetzt aus, Körner. Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des Tigers. Du kommst im Sarg nach Hause, Körner. Die Kilrathi nannten sie schon assez krass. Die Kilrathi nannte 카�te, die Captain siin an das Herz. Der hat sich in die Kilrathi. Der hat sich dann ein paar Kilr simplesmente verz gearbeitet. Das GS in der allergenden Hand zu sein, ist es sehr, sehr, sehr. Und as ich habe mich, wenn es wirklich nass, ist es sehr, 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 sehr. Vielen Dank.